Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit ein paar Anpassungen für Schloss Natria auf heroisch und mythisch. Jawoll, ja denn ein paar Bosse werden etwas einfacher. Wenn ihr wissen wollt worum es geht bleibt auf jeden Fall dran. Lasst ein Like unten, ein Abo da und aktiviert die Glocke wenn euch das ganze gefällt und damit starten wir auch ohne Umschweife rein ins Video. Wir haben als erstes Lady Inerva. Da wurde ein Fehler behoben wodurch geteiltes Leid und konzentrierte Anima, Anima-Konzentration im mythischen Modus Heiler als Ziel sehr sehr viel seltener getargetet hat. Und dabei geht es einmal um die Verbindung zwischen den Spielern die Kugeln wegzubringen. Das ist geteiltes Leid und Anima-Konzentration sind die Ads. Vielleicht mit den Ads. Und das ist was, was ich sehr sehr gut finde. Wir hatten nämlich neulich im Mythic gemerkt, dass Heiler fast kaum noch davon getargetet wurden. Und das macht zum Beispiel bei dem Shared Suffering geteiltes Leid. Normalerweise war da immer ein Heiler drin und du wusstest, dass deine DPS voll durchrotzen konnten. Beziehungsweise haben wir dann so unser Positioning angepasst. Das Ganze hat uns so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass fast nur die Ideen laufen mussten. Boss lag zwar trotzdem, aber er hat halt schon ganz gute DPS-Anforderungen. Das war damit ein bisschen teilweise schwieriger. Auf jeden Fall haben wir dann den Konstrukteur Xymox. Im Mythic hat er 5% weniger Leben und der Schaden von verwelkender Berührung wurde im mythischen Modus um 15% reduziert. Und das ist definitiv ein Nerf, den man merken dürfte. Vor allem diese verwelkende Berührung, Wuthering Touch. Das ist ein Dot, der tickt sehr sehr hart auf den Spielern und ist was, was für viele Tode verantwortlich ist. Dementsprechend 15% müsste man definitiv merken. Die 5% HP, der Boss ist jetzt nicht so super schwer. Aber es ist auf jeden Fall eine Anpassung, dass der Boss ein bisschen einfacher wird. Und dann kommen wir noch zu Graf Denatrios im HC. Dort hat er 9% weniger Lebenspunkte. Hand der Zerstörung macht 10% weniger Schaden, auch im HC. Und es wurde ein Fehler behoben, wodurch Priester mit dem Geist der Erlösung Mitspieler im mythischen Modus neutralisieren konnten. Das geht jetzt nicht mehr. Also alles in allem, auch die HC-Änderungen sorgen dafür, dass der Boss einfacher wird und besser zu legen sein dürfte. Die Fixes für Xymox und Denatrios bis auf das mit dem Geist der Erlösung gehen ab Mittwoch bei uns online. Der Rest ist dann schon mit einem Hotfix eingespielt worden. Und ich denke, es sollte einigen dabei helfen, jetzt zum Ende des Patches nochmal 1-2 Bosse mehr zu legen oder Denatrios auf HC zu legen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und reingehauen.